Musik Lieben Sie Ihren Mann, Frau Lufen? Dass Sie nicht nur Anwältin, sondern auch eine ausgebildete Ärztin sind, Frau Dr. Enge, das wissen wir alle. Das mit der Eheberaterin ist mir neu. Ich stecke eben vor der Überraschung, Kollege Strasser. Ich kann nicht mehr operieren, Papa. Akzeptiert es endlich. Es ist wirklich völlig egal, wie vielen Patienten du noch hilfst oder wie viele Nächte du in deiner Kanzlei verbringst. Deinen Dämon wirst du damit nicht los. Und manchmal müssen Menschen sterben, weil uns schlichtweg das Geld dazu fehlt, ihr Leben zu retten. So einfach ist das. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich erfahren, wer Sie sind? Engel, ich bin Anwältin für Arzthaftungsrecht. Ich bin nicht hier, um Ihnen Schwierigkeiten zu machen. Frau Engel, ich möchte Sie bitten, das Haus zu verlassen. Wir können das alles vor Gericht zur Sprache bringen. Frage ist nur, ob Sie das tatsächlich wollen, so ein Prozess. Mit der Presse und dem ganzen Pipapo. So kurz bevor Sie die Klinik verlassen. Das ist Erpressung, Frau Dr. Engel. Wundersaal. Wunderschöntrecht